Hey, eines meiner allzeit Lieblingszitate ist von Eckhart Tolle, als er gesagt hat, das Geheimnis zum Leben ist zu sterben, bevor du stirbst, denn der Tod nimmt alles von dir weg, was nicht du bist. Und genau darum ging es heute in einem Coaching, das ich hatte, wo die Person gesagt hatte, ich habe irgendwie diesen inneren Kampf und als ich das Wort Kampf gehört habe, bin ich hellhörig geworden, weil Kampf bedeutet automatisch, dass es zwei Parteien gibt. Ansonsten hast du keinen Kampf, brauchst mindestens zwei Teilnehmer. Und wir sind ein bisschen tiefer eingetaucht und es hat sich herausgestellt, dass fundamental die beiden Parteien einerseits die Kraft ist, die nach Sicherheit strebt, die den Status quo aufrechterhalten möchte, die vielleicht auch Konfrontation, Konflikt vermeiden möchte, grundsätzlich die Kraft, die gerne Schutzmauern aufbaut. Und auf der anderen Partei haben wir die Kraft, die ausbrechen möchte, die nach oben streben möchte, die die Schutzmauern einreißen möchte und sich ausdehnen möchte, grenzenlos und Freiheit erfahren möchte. Und diese beiden Parteien sind oftmals in uns im Konflikt oder im Kampf. Das Interessante dabei ist, wenn wir tiefer eintauchen bei den allermeisten Menschen, bei praktisch allen Menschen, sie wollen weder das eine noch das andere. Sie wollen weder die ultimativen Schutzmauern aufbauen, noch wollen sie die ultimative Freiheit. Denn Schutzmauern bedeutet, okay, du sitzt im Käfig, du bist zu sehr eingeengt. Ultimative Freiheit bedeutet, du hast den Boden unter dir verloren, du weißt nicht, was passiert. Es kann alles passieren, es kann nichts passieren und du bist quasi irgendwo gefühlt ausgeliefert. Und die Folge davon, eigentlich bist du auf dem richtigen Weg, eigentlich siehst du den Weg und du hast Zugang zum Weg, aber du gehst nicht den Weg, du sabotierst dich, du bist zögerlich. Irgendwas denkt sich in dir, verdammt, wenn das alles funktioniert, wenn ich erfolgreich bin in mir und in meinem Äußeren, wenn ich diese ultimative Freiheit erreiche, was passiert dann? Bin ich dann in Gefahr? Was mache ich mit den unendlich vielen Optionen und Möglichkeiten, die sich mir auftun? Muss ich dann mehr Verantwortung übernehmen für die Welt, für mich selbst? Was ist, wenn ich dem nicht gewachsen bin? Was ist, wenn irgendwas zugrunde geht? Und hier entsteht automatisch das Gefühl von Kontrollverlust, von Instabilität und dadurch zögerlich sei. Anstelle mit Vollgas voranzugehen, machst du nur noch halbe Schritte, was absolut natürlich ist. Das Problem ist, genau über diesen Mechanismus beginnst du dich selbst zu sabotieren und die natürliche Frage, die sich stellt ist, okay, was ist der Ausweg daraus? Und fundamental, wenn du es dir mal anschaust, angenommen, du wärst an einem Punkt, wo du siehst, okay, ohnehin, ich werde sterben und ich bin im Prozess des Sterbens. Sprich, alles, was nicht ich bin, wird früher oder später und eigentlich auch jetzt schon von mir weggerissen und das ist okay. Dann ist es absolut okay, wenn du auf die Schnauze fällst. Es ist absolut okay, wenn du versuchst, etwas zu unternehmen, wenn du eine Vision, ein Projekt verfolgst, wenn du wie ein Pionier voranpreschen willst, sei es privat, sei es in deinem Unternehmen, in deiner Firma, in deinem Team und etwas klappt nicht. Du fällst auf die Schnauze. Ja, ganz klassisch aufstehen, Krone richten und weitergehen, weil diese Rückschläge nicht mehr ultimativ sind, weil du siehst, okay, im schlimmsten Fall oder im besten Fall hast du gerade eine Schale deines Selbstverlern, eine Zwiebelschale von dem Mantel, der eigentlich deinen wahren Kern verdeckt. Und auf einmal kannst du sowas als einen Prozess des Wachstums sehen, als ein Transformationsprozess, wo du mit jedem Rückschlag einen Teil von deinem kleinen Selbst ablegst, um das größere, das größere, ultimative Selbst zu entfalten und in dem Prozess das Leben erkundest und im Erkunden erfolgreich bist, Dinge schaffst, die du vielleicht schaffen möchtest oder zumindest Dinge erkunden kannst, die dich interessieren, die dich vielleicht auch inspirieren. Und fundamental geht es also darum, einen glasklaren Zugang zu haben zu dem Teil in dir, der unantastbar ist. Und wenn du diesen Zugang hast, in verschiedenen Leveln, die möglich sind, wenn du grundsätzlich diesen Zugang hast, dann wirst du sehen, es gibt eine gewisse innere Weisheit, auf die du zugreifen kannst, die dich leiten wird. Und die Frage ist jetzt, wie weit kannst du dich leiten und wie weit lässt du dich leiten, aber in aller Regel, wenn du es schaffst, in Momente der Klarheit einzutauchen und diese für dich zu erzeugen, dann siehst du mindestens den nächsten Schritt. Du siehst vielleicht nicht den kompletten Weg, du siehst vielleicht nicht das Endergebnis, aber du siehst, okay, basierend darauf, wo ich jetzt stehe, soll ich das machen, soll ich dorthin gehen und dann schauen, was passiert und vielleicht nachjustieren. Aber wenn du ewig an der Weggabelung stehst und keine Entscheidung triffst oder vielleicht umdrehst, dann wirst du definitiv nicht vorankommen und du wirst definitiv dich selbst sabotieren und nicht dein volles Potenzial erkunden können. Zurück zu unserem Eingangsbeispiel. Du hast zwei fundamentale Kräfte, einmal die Kraft, die Maul aufbaut, einmal die Kraft, die ausbrechen will, die expandieren möchte. Und du musst oder du willst, besser gesagt, hier eine Balance halten. Die Frage ist nur, in welche Richtung geht die Balance und wie viel Balance brauchst du wirklich? Und wenn du zurückgehst zu diesem Beispiel mit den Zwiebelschalen, du stehst in der Weggabelung, du kannst jetzt entweder Mauern aufrechterhalten, die Schützen vielleicht zurückdrehen, umdrehen, gar nichts machen oder du kannst sagen, hey, im Endeffekt mein Weg ist, die Zwiebelschalen abzulegen, zu sterben, bevor ich sterbe. Das heißt, die Dinge abzulegen, die nicht wirklich ich bin und zu schauen, was dann rauskommt. Das heißt, hey, leg los, spring ins Leben, schau, was passiert. Und wenn du auf die Schnauze fällst, dann komm in das Bewusstsein, in die Klarheit, zu sehen, es ist gerade nur eine Zwiebelschale von meiner falschen Hülle abgefallen, die du im besten Fall dazu nutzen kannst, zu wachsen, deinen wahren Kern mehr zum Vorschen zu bringen und ultimativ an diesen Punkt zu kommen, wo du stirbst, bevor du stirbst. Das ist ein Ansatz und grundsätzlich ist es natürlich ein Weg. Aber es ist mal essentiell zu sehen, wie wir uns sabotieren und warum diese Sabotage nicht nur dazu führt, dass wir im Äußeren manche Dinge verpassen, sondern dass wir tatsächlich auch nur unser eigenes rigides Fundament immer weiter untermauern, immer weiter einzementieren und auch in unsere Innenreise uns dadurch Barrieren, Hürden aufstellen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Wenn das Ganze mit dir resoniert, dann möchte ich dich einladen, melde dich gerne mal bei mir, klick auf den Link neben dem Video und lass uns mal schauen, ob du deine eigenen Schalen noch besser ablegen kannst und du einen direkten Zugang findest zu deinem inneren Kern und welche Wege es dafür geben könnte. Ich freue mich von dir zu hören, ansonsten lass mich wissen, was du denkst. Interlass gerne einen Kommentar unter dem Video, gib mir ein Like, abonnier den Kanal und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.